Wenn ein Zug in den Bahnhof Melsungen einfährt, dann ist, so unglaublich es klingt, der Ausstieg auf der exakt selben Höhe wie die Bahnsteigkante. Wahnsinn! Damit kommt man gut mit Rollatoren, mit Kinderwagen, Rollstühle, mit ein bisschen Unterstützung. Aber es ist all das, was einem das Leben im öffentlichen Nahverkehr manchmal etwas schwer macht, deutlich verbessert. Bahnsteig und Zugausstieg auf einer Höhe. Solch eine Barrierefreiheit wünschen sich diese Lokalpolitiker auch für den Ortsteil Schwarzenberg. Da rauscht der Zug bislang nur durch. Ein Bahnsteig soll her. Genau dort. Wie alle Bahnsteige auf der Strecke soll auch der neue 38 cm hoch werden. Dem Zug, der hier fährt, angepasst barrierefrei. Aber nicht mit der Bahn. Jetzt haben wir das Problem, dass wir eine neue Bahnsteighöhe bekommen sollen, die nicht zum Zug passt. Nämlich 76 cm Höhe. Die Regio-Tram verträgt nur 38 cm. Und dann würde jeder Zug, der hier am neuen Bahnsteig hält, zwar halten, aber man kann nicht ein- und aussteigen. Ja, mag schon sein. Der Höhenunterschied wäre nicht wirklich barrierefrei. Aber trotzdem, der neue Bahnsteig in Schwarzenberg muss als einziger auf der Strecke 76 cm hoch sein. Denn das ist die neue Vorschrift für jeden neuen Bahnsteig. Es gibt eine Eisenbahnbau- und Betriebsordnung. Die schreibt als Regelhöhe für die Bahnsteige in der ganzen Bundesrepublik oder in dem Netz der Deutschen Bahn eine Regelhöhe von 76 cm vor. Ob diese Höhe zum jeweiligen Zug passt oder nicht, völlig egal. So auch in Pforzheim, wo Züge mit 55 cm hohem Ausstieg halten. Hier wurden die Bahnsteige vor der neuen Regel saniert. Passend. Auch in Mühlacker sind es 55 cm. In Nefern genau dazwischen wird erst noch saniert mit 76 cm hohen Bahnsteigen. Es macht keinen Sinn, wenn man gerade eine Strecke 55 ausgebaut hat, dann einzelne Bahnsteige noch mit 76 hinzubauen. Wir haben Gesetze und Richtlinien, über die kann man sich nicht hinwegsetzen. Nein, was macht das schon, dass die 76 cm Regelhöhe nur zu Fernzügen passt? Dass Schwarzenberg gar nicht an den Fernverkehr angebunden wird, tut da nichts zu sagen. Das ist aberwitzig, dass wir hier mit 76 cm planen müssen, obwohl hier kein ICE oder ICE je halten wird. Wir haben Gesetze und Richtlinien, über die kann man sich nicht hinwegsetzen. Hinwegsetzen geht nicht, hinwegklettern schon eher.